Die zum Teil höllische NATO-Erfahrung von Katrina Quelle, nderf.org Erfahrungsbeschreibung Ich litt an Depressionen und war böse auf Gott. Ich fühlte mich von ihm verstoßen, da ich die kurz zuvor erlebten Misshandlungen gerade so überlebt hatte. Ich dachte, mein Leben sei die Hölle und dass nichts schlimmer sein könnte. Mein Arzt hatte mir Pillen gegen meine Rückenschmerzen verschrieben. Eines Nachts fuhr ich in einen ruhigen Stadtteil und nahm alle Pillen auf einmal. Mein Körper wurde sehr kalt und meine Schmerzen verstärkten sich. Es war der Horror und meine Kraft wich von mir, während es mir immer schwerer fiel zu atmen. Ich brach im Autositz zusammen und wusste, dass ich sterben würde. Ich hatte plötzlich große Angst, also rief ich mit dem letzten bisschen Kraft nach Jesus Christus. Dann tat ich meinen letzten Atemzug und ich wurde aus meinem Körper gezogen und befand mich augenblicklich in einer schwarzen Leere. Mein Geistkörper schwebte in der Dunkelheit, es war ein einsamer Ort. Ich fühlte, dass jemand hinter mir war, der mit einer Schere die Verbindungsschnur zu meinem Körper durchschnitt. Ich wusste, dass ich tot war und nicht zurück konnte. Meine Gedanken waren sehr schnell, wie das Licht, und mein Geist war klar und scharf. Meine Sinne waren alle verstärkt und meine Emotionen waren viel intensiver. Für lange Zeit war ich alleine in dieser Dunkelheit. Dann sah ich einen Lichtpunkt in der Ferne. Ich versuchte, darauf zuzugehen. Es funktionierte nicht, weil ich schwebte. Also versuchte ich zum Licht zu fliegen bzw. mein Schweben in Richtung Licht zu lenken, aber ich kam nicht gut voran. Das Licht kam im Zickzack auf mich zu, ohne klares Muster und sehr schnell. In dem Moment erkannte ich, dass das Licht ein Wesen war. Es war pures Weiß und etwa zweieinhalb Meter groß. Ich fühlte mich in seiner wundervollen Anwesenheit friedlich und geliebt. Ich glaube, dieses Wesen war ein Engel. Jedenfalls konnte ich fühlen, dass das Wesen auf etwas wartete. In meinem Geist dachte ich, wie böse ich auf Gott war, ich hatte kein Reuegefühl bezüglich meines Selbstmords. Das Wesen verließ mich in einem Blitz. Dann fühlte es sich an, als würde sich eine Decke aus Angst über mir ausbreiten. Ich habe noch nie solche Angst gefühlt und ich habe einige Mordversuche überlebt. Terror ergriff mich. Dann fühlte ich eine eiskalte, brennende Kälte, als würde ich am Gipfel des Mount Everest stehen. Ich habe Kälte schon immer gehasst und ich fühlte das extrem intensive, brennende Eis. Dann fühlte ich große, lange Nadeln, so lang wie Stricknadeln, aber mit einer scharfen Spitze. Die Nadeln wurden in jeden Quadratzentimeter meines Körpers gestochen. Alle zugleich. Die Nadeln wurden herausgezogen, wieder gleichzeitig, und dann wieder hineingestochen. Das geschah wieder und wieder. Es hörte niemals auf. Ich hörte Schreie und erkannte, dass sie von mir kamen. Es fühlte sich an wie ein Blitzschlag, der laufend von meinem Kopf bis zu meinen Fußsohlen pulsierte. Der Schmerz an diesem dunklen Ort war schlimmer als alles, was ich je auf Erden gefühlt hatte. Es war hundertfach oder möglicherweise tausendfach schlimmer als das, was wir auf der Erde fühlen, weil der Geistkörper so empfindlich ist. Ich dachte an mein Leben und meine Lieben und wie verzweifelt ich mir wünschte, dass ihnen dieser höllische Ort erspart bleiben möge. Ich schrie in meinen Gedanken, ich halte das nicht mehr aus, ich werde noch verrückt hier. Lasst mich raus, lasst mich raus. Dann hörte ich etwas, das ich nur als dämonisches Lachen bezeichnen kann, das von einem Wesen direkt neben mir kam. Es war das bösartigste Geräusch, das ich je gehört habe. Die Dunkelheit war so undurchdringlich, dass ich absolut nichts sehen konnte. Dann wurde ich mit einem Blitz in meinen Körper zurückgeschickt. Mein Körper fühlte sich anders an, als hätte er sich in Stein verwandelt. Ich konnte mich nicht bewegen und alles war steinhart. Ich konnte nur einen ganz kleinen Lufthauch nach dem anderen durch meine Nase einsaugen. Ich konzentrierte mich auf meinen großen Zeh am rechten Fuß und sagte ihm immer wieder, dass er sich bewegen soll. Es dauerte sehr lange, aber schlussendlich sah ich ein kleines Wackeln. Ich schätze, dass es einige Stunden gedauert hat, bevor ich meinen Körper gut genug bewegen konnte, um im Morgengrauen langsam nach Hause zu fahren. Ich hatte noch immer nicht meine vollen motorischen Fähigkeiten wieder erlangt und war extrem schwach. Ich kroch aus dem Wagen und die Stufen hoch. Ich schaffte es in mein Haus und erbrach die Pillen, die ich zuvor geschluckt hatte. Die Panik, wieder zu sterben, war in meinem Bewusstsein sehr real. Ich wollte nicht ins Krankenhaus, ich fürchtete, sie würden mich in der Gummizelle wegsperren und mit Medikamenten ruhig stellen. Ich konnte ihnen einfach nicht sagen, was ich erlebt hatte, sonst würden sie mich für verrückt erklären. Ich gab mein Bestes, um diese Erinnerung zu unterdrücken. In meinem Herzen war ich mir sicher, dass Gott existiert und dass Jesus meinen Schrei vor dem Tod gehört hat. Und es wird geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Apostelgeschichte 2,21 Jesus hörte meinen Schrei vor dem Tod und er erlöste mich von einem Ort, den ich nur als Hölle oder äußerste Dunkelheit bezeichnen kann, Matthäus 25-30. Und wirft den wertlosen Diener in die tiefste Dunkelheit. Da wird es Weinen und Zähneknirschen geben. Das ist meine zweite Chance zu leben. Danke, dass ihr meinen Bericht gelesen habt. Gott segne euch alle. Hintergrundinformationen und Nahtoderfahrungselemente Geschlecht Weiblich Datum, an dem die Nahtoderfahrung stattfand, das Jahr 2014 Es folgen nun Fragen und Antworten im Wechsel. Gab es zum Zeitpunkt ihrer Erfahrung ein damit zusammenhängendes lebensbedrohliches Ereignis? Nein, es war ein Selbstmordversuch mit einer Medikamenten- bzw. Drogenüberdosis. Fühlten sie sich von ihrem Körper getrennt? Unsicher Im Bruchteil einer Sekunde, bevor ich in die Leere eintrat, konnte ich von oben, oberhalb des Autos, einen blitzschnellen Blick auf meinen, in sich zusammengesunkenen Körper im Auto erhaschen. Es ging aber so schnell, dass ich mir nicht ganz sicher bin. Ich verließ ganz klar meinen Körper und existierte außerhalb davon. Wie war ihre höchste Ebene von Bewusstheit und Wachheit während ihrer Erfahrung im Vergleich mit ihrer Bewusstheit und Wachheit im Alltag? Mehr Bewusstheit und Wachheit als normal Erhöhter Tastsinn Ich hatte den Eindruck, als wäre das Licht in der Dunkelheit sehr weit entfernt, ich konnte es aber trotz dessen klar und deutlich sehen. In meinem Erdenleben bin ich sehr kurzsichtig und kann in der Ferne gar nichts erkennen. Ich fühlte mich wie eine Superversion von mir selbst in Geistform. Am bemerkenswertesten fand ich, dass mein Verstand in Lichtgeschwindigkeit arbeitete und so klar war, es gab keine Unklarheiten oder Erinnerungsverluste. Zu welchem Zeitpunkt während der Erfahrung erlebten sie die höchste Ebene von Bewusstheit und Wachheit? Als ich in die Lehre eintrat, war mein Dasein die ganze Zeit über sehr bewusst und empfindsam. Erhöhte sich die Geschwindigkeit ihres Denkens? Unglaublich schnell Schien die Zeit sich zu beschleunigen oder zu verlangsamen? Die Zeit schien schneller oder langsamer zu fließen. Es fühlte sich an, als würde die Zeit sehr schnell vergehen und ich erinnere mich an das Gefühl, als wäre ich einhundert Jahre dort gewesen. Waren ihre Sinne lebhafter als gewöhnlich? Unglaublich lebhafter! Hat sich ihr Sehen auf irgendeine Weise vom normalen Sehen unterschieden? Es war unvergleichlich. Normalerweise sehe ich fürchterlich schlecht. Ich trage Brillen und es scheint, als wären sie nie stark genug. Hat sich ihr Gehör auf irgendeine Weise von ihrem normalen Gehör unterschieden? Es war besser und sehr klar in meiner Geistform. Ich bin in meinem Erdenleben teilweise taub. Sahen sie ein strahlendes Licht oder fühlten sie sich davon umgeben? Ich sah ein Licht mit deutlich mystischen oder jenseitigen Ursprungs. Sahen sie ein nichtirdisches Licht? Ja. Es war ein Lichtwesen oder ein Engel. Es bestand aus dem weißesten weißen Licht und war etwa 2,5 Meter groß. Ich konnte weder Kopf noch Arme ausnehmen. Es war ein bewusstes Wesen, denn es hatte eine spezielle Art, sich zu bewegen und ich spürte seine Emotionen. Es bewegte sich im Zickzack, kam direkt zu mir und blieb stehen. Ich war außerhalb seines Lichts. Welche Emotionen verspürten sie während der Erfahrung? Freude, Sicherheit, Fröhlichkeit darüber, in der Nähe dieses Lichtwesens zu sein, das ich als Engel bezeichne. Ich fühlte auch unfassbare Angst und qualvollen Terror. Als ich das dämonische Lachen hörte, war ich wie versteinert. Schienen sie plötzlich alles zu verstehen. Alles über mich oder andere. Ich verstand, dass ich ein Egoist war und dass es schrecklich war, Selbstmord zu begehen. Ich erkannte, dass die Menschen, die wir lieben, das Einzige sind, was im Leben wirklich zählt. Geld und Wohlstand haben beim Lebensrückblick keine Bedeutung. Das Einzige von Wert sind unsere Beziehungen. Ich erkannte, dass ich zu meiner Familie öfter hätte sagen sollen, ich liebe dich. Erlebten sie Szenen aus ihrer Vergangenheit? Meine Vergangenheit blitzte vor mir auf, außerhalb meiner Kontrolle. Ich konnte mich an mein Leben klar erinnern, als es wie ein Blitz durch meinen Verstand schoss. Wirklich, das Einzige, was zählte, waren meine Liebsten, wie sehr ich sie vermisst hatte und die panische Angst, sie könnten auch an diesen finsteren, qualvollen Ort kommen müssen. Es waren weniger die Bilder, sondern eher die Erinnerungen und Gedanken meines vergangenen Lebens. Kamen sie an eine Grenze oder an einen Punkt ohne Wiederkehr? Ich kam zu einer definitiv bewussten Entscheidung, ins Leben zurückzukommen. In meinem Bewusstsein schrie ich mit aller Kraft, ich will hier raus. Ich spürte, dass der männliche, lachende Dämon schockiert war, dass ich so schnell weg war. Ich denke darum hatte Jesus Mitleid mit mir und riss mich heraus. Ich habe meine Lektion gelernt. Übergib dich nicht selbst dieser Qual, wir sterben, wenn es für uns an der Zeit dazu ist. Haben sich ihre religiösen Praktiken seit ihrer Erfahrung verändert? Ja. Ich bin Gläubiger, Christlicher. Meine Religion ist christlich, protestantisch. Enthielt ihre Erfahrung Merkmale, die mit ihren irdischen Überzeugungen übereinstimmten? Es gab Inhalte, die beides waren, übereinstimmend und nicht übereinstimmend, mit den Überzeugungen, die ich zum Zeitpunkt meiner Erfahrung hatte. Ich wunderte mich, warum ich nicht in einen glühend heißen Sie aus Feuer geworfen wurde. Als ich alleine im Dunkeln war, erinnerte ich mich an Erzählungen über einen dunklen Tunnel mit einem Licht am Ende und dass man auf dieses Licht zugeht. Mein Geistkörper war nicht in einem Tunnel, wie auch immer. Ich war in einer Leere. Das Licht in der Ferne war auch nicht der Eingangspunkt zum Himmel, es war ein bewusstes Wesen, das auf mich zukam. Ich wurde gequält, konnte meine Peiniger im Dunkeln aber nicht ausmachen. Das Lichtwesen war nicht eindeutig ein Engel oder Jesus, es war ein Wesen aus reinem Licht und könnte beides gewesen sein. Es erinnerte mich an Johannes 8, Vers 12. Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Gab es Veränderungen in ihren Überzeugungen und Werten wegen ihrer Erfahrung? Ja, dass die Menschen wichtiger sind als mir bewusst war. Erhielten sie während ihrer Erfahrung Informationen eine universelle Verbundenheit oder Einheit? Nein. Ich war in einem isolierten Bereich. Zu Beginn war es eine Menge langweiliger Dunkelheit und nur ich. Erhielten sie während ihrer Erfahrung Informationen über die Existenz Gottes? Ja. Das Lichtwesen, der Engel, könnte Jesus gewesen sein. Ein reines Bewusstsein. Ich konnte die Emotionen fühlen, die von ihm ausgingen. Ich sprach telepathisch mit ihm. Er schien nicht zu antworten. Trotzdem war ich mir sicher, dass er mich verstand. Erhielten sie während ihrer Erfahrung Informationen über den Sinn des Lebens? Unsere Beziehungen, die wir während unseres Erdenlebens haben, sind alles, was am Ende im Lebensrückblick zählt. Es war wichtig, dass ich sie so sehr liebte. Ich lernte auch, weniger egoistisch zu sein. Glauben sie nach ihrer Erfahrung an ein jenseitiges Leben? Unsicher. Ja. Ich hatte das Gefühl, als wäre mein Geistkörper unsterblich. Er war auch eine verbesserte Version meines irdischen Körpers. Erhielten sie während ihrer Erfahrung Informationen über Liebe? Ja. Ich bereute es, dass ich nicht liebevoller gewesen war und dass ich meiner Familie nicht öfter gesagt habe, ich liebe dich. Welche Veränderungen traten in ihrem Leben auf nach ihrer NTI? Unsicher. Ich las meine Bibel öfter und spendete mehr Geld für andere. Schließlich wandte ich mich wieder der Kirche zu und ließ mich taufen. Seit meinem Tod hatte ich spirituelle Begegnungen auf der Erde, die meinen Glauben an Jesus Christus nur noch verstärkten. Haben sich ihre Beziehungen spezifisch verändert wegen ihrer Erfahrung? Ja. Ich bin eine fürsorglichere und nettere Person. War die Erfahrung schwierig mit Worten auszudrücken? Ja. Das Lichtwesen, der Engel, war so wunderschön und seine Präsenz war so besonders und rein. Ich finde keine Worte für die Schönheit dieses Lichtwesens. Ich wollte für immer bei diesem Wesen bleiben und fühlte, ich wäre glücklich und sicher, solange es bei mir wäre. Wie genau erinnern Sie sich an die Erfahrung im Vergleich zu anderen Lebensereignissen, die um dieselbe Zeit stattfanden? Ich weiß nicht, wie meine Erinnerung an die Erfahrung im Vergleich zu anderen Lebensereignissen ist, die um dieselbe Zeit stattfanden. Ich kann es nicht vergessen, es verfolgt mich jede Nacht in der dunkelsten Stunde. Ich lasse mein Licht nachts gerne möglichst lange an. Gibt es einen Teil oder mehrere Teile Ihrer Erfahrung, die für Sie besonders bedeutsam oder signifikant sind? Die Zeit, in der ich das Lichtwesen auf mich zukommen sah und die Zeit, als es bei mir war. Ich hätte die Zeit gerne angehalten, um für immer in diesem Moment zu verweilen. Haben Sie diese Erfahrung jemals anderen mitgeteilt? Ja. Nach vier Jahren. Ich würde sagen, dass mich danach etwa die Hälfte der Menschen gemieden hat. Etwa ein Viertel hatte Mitleid mit mir und ein weiteres Viertel reagierte nett und liebevoll. Ich denke, dass meine Erfahrung sie zum Nachdenken brachte, bin aber nicht sicher, ob sie jemanden beeinflusst hat. Hatten Sie vor Ihrer Erfahrung irgendein Wissen über Nahtoderfahrungen? Ja. Ein Großonkel starb in hohem Alter an einer Erkrankung im Spital. Er war Christ. Zwanzig Minuten, nachdem er tot erklärt worden war, setzte er sich auf. Die Schwester, die ihn fand, schrie sich die Seele aus dem Leib. Er erzählte jedem, dass er im Himmel war, Jesus getroffen hatte und ihn gefragt hätte, ob er zurückkommen könnte, um von Jesus zu erzählen. Ich hatte auch von Menschen gehört, die erzählten, sie wären in einem Tunnel mit einem Licht am Ende. Ich schlussfolgerte, dass das Licht zum Himmel wies. Wie beurteilten Sie die Realität Ihrer Erfahrung kurz nachdem sie stattfand? Die Erfahrung war definitiv real. Es war wunderbar, dieses Lichtwesen zu sehen. Es gab auch reichlich Entsetzen und Qual in dieser Erfahrung, an die ich mich nicht erinnern möchte. Die Erfahrung stärkte meinen Glauben und ich wurde dadurch ein besserer Mensch. Ich kann mich besser in andere Menschen einfühlen, bin netter und hilfsbereiter. Ich bin leidenschaftlicher, was Jesus betrifft. Wie beurteilen Sie die Realität Ihrer Erfahrung jetzt? Die Erfahrung war definitiv real. Ich glaube, meine Erfahrung bestätigt die Bibel. Ich war an einem Ort tiefster Dunkelheit und litt unvorstellbare Qualen. Ich traf ein himmlisches Wesen. Meiner Meinung nach war mein Schrei nach Jesus der einzige Grund, warum ich zurückgekommen bin. Er hat mich vor dem Tod gerettet. Niemand konnte mir erste Hilfe leisten. Es war Gott selbst, der mich zurückbrachte. Hat irgendwann in Ihrem Leben irgendetwas je einen Teil der Erfahrung reproduziert? Ja. Ich betete in meinem Zimmer. Fenster und Türen waren verschlossen. Ich fühlte eine friedvolle Präsenz im Raum. Ein Stück Papier aus der Box gegenüber von mir begann im Zimmer herumzuschweben. Ich dachte, es wäre ein Engel bei mir im Raum. Die Luft roch intensiv nach Zimt und Kardamom. Es war definitiv eine himmlische, spirituelle Begegnung. Gibt es irgendetwas anderes betreffend Ihre Erfahrung, das Sie hinzufügen möchten? Nachdem ich zurück war, begann ich mich mit dämonischen Wesen zu beschäftigen. Ich fand ein Selbstrettungsgebet und betete es jede Nacht für sieben Tage. Ich fühlte, wie sich eine große Schwere von mir hob. Danach war es leichter, wieder glücklich und sorglos zu sein. Aufgrund meiner Begegnung glaube ich an Dämonen. Ich fühlte, wie sich eine große Schwere von mir befindet.